Konfit-Treffen in Wittenberg rockt auf jeden Fall. So, erstmal hallo Welt. Wir sind hier bei Mühlsky-Henk und Wumann. Ja, das macht sehr viel Spaß. Das ist voll krass hier. Viel Spaß noch. Tschüss. Schönen Gruß an meine Mama. Tschüss. Also, erstmal will ich euch alle herzlich grüßen. Wir hatten zu meiner Zeit 2000 Studenten aus aller Herren Länder in Wittenberg. Da werden wir doch gute Gastgeber sein für 600 Konfirmanden. Und ich freue mich, dass Leute aus Finnland sogar da sind. Denen rufe ich nur zu. Grüßt mir Johann Agricola, der hier in Wittenberg studiert hat. So, jetzt geht es los. Achtung, 10, 9, 1, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 1, 1, 1. Ja, mein Name ist Abdul. Ja, wir haben heute Trano Workshop und tanzen und singen und dann lasse ich euch überraschen und sage ich euch mal ein bisschen was. Ja, also die Pille, die kann man sich beim Frauenarzt verschreiben lassen oder ja, und den Kondom, den kann man überall kaufen, also erklären Sie das doch mal näher mit dem Kondom. Ja, also den Kondom stülpt man sich über den Penis. So, und das ist vor dem Geschlechtsverkehr sehr, sehr wichtig, denn sonst könnte es zu einer Befruchtung der Eizelle kommen. Schenke uns die Gewissheit, dass du da bist für jeden und jede von uns. Lass uns spüren, dass wir bei dir ein ganz besonderes Ansehen genießen. Sei uns nah. Amen. Gott zum Bruse! Wir sind keine Hooligans, sondern Martin-Luther-Fans. Martin Luther! Martin Luther! Martin Luther! Martin Luther! Martin Luther! Martin Luther! Martin Luther!